Ich mache eine Band wie die Stones und ich brauche einen für die zweite Stimme. Sieh ihn dir an. Hochhackige Schuhe. Das sind Cuban Heels. Wieso hast du in der Schule nie mit mir geredet? Hab ich doch. Einmal. Irgendwas wegen einem Bleistift. Du hast eine gute Stimme. Ich schlag vor, wir ziehen alle ins East Village. Da gibt's eine Musikszene. Hier nicht. Musik interessiert mich einen Scheiß. Du weißt nicht, was es heißt, in der Band zu sein. Das ist meine echte Familie. Deine echte Familie, die übernimmt bestimmt gerne deine horrenden Lebenshaltungskosten. Ihr habt Talent. Spielt siebenmal die Woche, zwei Gigs pro Abend und ruft mich in sechs Monaten wieder an. Wir müssen besprechen, was wird, wenn du Familienoberhaupt bist. Musik Es gibt kein Gestern. Keinen Morgen. Nur das jetzt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018